Yo, wir sind hier gerade live im Kunstraum, Junge, machen krasse Porträse, Anna, und hier unsere Meisterschule, einfach wunderschön. Können Sie mir vielleicht spezifisch dazu was sagen? Nein, leider nicht. Können Sie mir was dazu sagen? Können Sie mir was dazu sagen? Hier sehen wir richtig schön, die Augen werden gemacht, mit dem sehr feinen Pinsel, sehr schön. Hier das gleiche wird, denke ich, noch an der Schattierung gearbeitet, weil so sieht es sehr flach aus. Hier das Bild ist schon ganz gut gelungen. Ein bisschen eine Pferdeschnauze, aber es soll auch vielleicht so... Ja, da muss vielleicht an der Haarfarbe, dass das ein bisschen mehr Kontrast macht. Genau, ja. Wenn wir dann hier mal weiter gehen, dann sehen wir bei Marc, der skizziert in seinem Dingster, macht ja gerade so ein Pferd oder so. Ja. So ein Esel. Und hier haben wir auch nochmal ein anderes Bild, wenn Sie sich das anschauen wollen. Ja, wow, auch prächtig. Ja, hier an den leeren Plätzen einmal vorbeikommen. Ja, hier sind die leeren Plätze. Mona Lisa. Aha. Sehr schön. Auch hier wieder das Schwarz, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ah, ah, da haben wir es gefunden. Okay, super. So will ich nochmal hier ein bisschen auf die Mona Lisa ein bisschen... Das sieht super aus. Vor allem das hier. Ja, da sieht man hier das Kussprotokoll. Also, das sehen Sie hier. Burger Junge. Burger Couch... Bourgeois Coco. Ja. Und Ausfall wegen TDOT Film. Man kennt's, ja? Ja. Ja. Das passiert halt, ne? Ja. Und dann hier die geilste von allen, die Klingeln. Ah ja, stimmt. Ja. Und dann hier die ganzen Schwänzer. Entschuldigung, wie alle Geschwänzer haben... Alle Geschwänzer haben... Wo ich tatsächlich auch dazu gehöre. Ja, sehr schön. Okay. Wunderbar. Ja. Dann würden wir mal... Also, schauen Sie sich diese schöne Pulte an. Ja. Auch wunderschön. Super, ja. Hier ist eine Protestantin, die will nicht Kunstunterricht haben. Ja. Und die will nicht Freier. Deswegen will die lieber Zeitung lesen. Ja. Okay. Was sagen Sie dazu? Ja. Dass Sie lieber Zeitung lesen anstatt Kunst. Eine wunderschöne Kollektion. Ja, wow. All unsere Wassermalkästen. Sehr schön. Pfff. Richtig Zucker. Ja. Ähm. Dann sind wir... Hier ist auch mal die Zeitung. Ja. Schöne Zeitung mit ein bisschen Sperma. Die Zeitung sind auch interessant, muss man auch sagen. Ja. Vor allem, wenn es um Moscheespenden geht. Es war ja hier ein bisschen Sperma. Sperma, das passiert, aber das kommt häufig vor. Das kommt häufig vor, weil unsere Kunst einfach so geil ist. Wie fokussiert man hier eigentlich? Ja, hier vorne. Achso. Aber ich autofokuss an, aber autofokuss ein bisschen. Autofokuss, ja. Jetzt fokussiere ich mal lieber selber, ja. Ja, dann sind wir auch schon hier am Ende. Angelangt, das ist der Arbeitsplatz. Mein Arbeitsplatz hier. Ich arbeite gerade an diesem Kunstwerk. Ja, das bin tatsächlich ich sogar. Ja. Also das kann man eigentlich auch richtig sehen, oder? Ja. Und damit verabschieden wir uns. Er braucht ein Feuerzeug, Alter. Er will wieder irgendwas hier machen. Er will irgendwie wieder eine Bombe zünden. Okay, damit verabschieden wir uns. Ja, tschüss. Oh, Alter.